Mein Name ist Micky Beisenherz. Ich fülle das deep und deutlich Freunde-Buch aus. Ich kann kurz ein Porträt von mir malen. Vielleicht reicht das ja auch. Lieblings-Backstage-Snack. Ich finde Rauchmandeln ja sehr gut. Oder Beef Jerky. Wobei ich gehört habe, dass Beef Jerky, das mit Abstand am wenigsten nachhaltige und umweltschädlichste Lebensmittel ist, noch vor der Avocado. Das würde ich meinem 16-jährigen Ich gerne sagen. Sei froh und dankbar, dass das damals, was ihr aufgenommen habt, noch nicht gestreamt werden konnte. No Streaming. Davor habe ich Angst. Wie alle, Siechtum, Spinnenhöhe der MDR. Dafür bin ich dankbar, dass ich mit dem Quatsch die letzten 46 Jahre schon so gut durchgekommen bin. Ich schreibe mal gut durchgefummelt. Diese Sünde gönne ich mir heimlich. Alkohol ist ja jetzt keine allzu heimliche Sünde. Umgekehrt in Einbahnstraßen fahren. Habe ich was vergessen? Nein.